Diesen Winter verwandelt Lumagica, die mittelalterliche Burgruine Ehrenberg, in einen zauberhaften Lichterwald. Inmitten leuchtender Installationen, eingebettet in sphärische Klänge und inmitten winterlicher Natur können sich die Kinder, aber auch Erwachsene verzaubern lassen. Unzählige Lichtobjekte, musiksynchrone Lichtinszenierungen und interaktive Elemente säumen den Rundweg des zwei Kilometer langen Lichterparks. Entdeckt Lumagica Ehrenberg in der Naturparkregion Reuter. Ein sagenumwobener Schauplatz magischer Geschehnisse. Die spannende Suche nach dem Drachenkristall beginnt diesen Winter, vom 25. November bis zum 26. Februar. Jetzt Tickets sichern unter lumagica.at